herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play world of tanks ja und wir haben wieder noch immer geld und wir haben auch glaube ich noch einen platz einen haben wir noch platz also braucht keinen neuen kaufen kurz zu gucken aufträge täglich 350 basis erfahrungen in einem gefecht ja können wir erst mal so lassen ist das wurscht ja forschung wir hatten zuletzt jetzt hier den chinesischen hier den sammlerpanzer geholt der ist die dreier könnte man zwar frei stehen könnte man der ist freigeschaltet aber dreier nehmen wir nicht zwei haben wir jetzt so dann müssen wir china britten ein haben wir da schon aber jetzt sind die zweier dran das heißt ja immer die okay auch gut zum kauf besatze der garage okay ja wenn wir das nicht mehr haben geht das nicht bis auch klar das ist alles nicht so wichtig das ganze spiel ist nicht wichtig überhaupt gibt es Computerspiele eigentlich gar nicht wichtig was passiert war nur spaß manchmal manchmal auch nicht so gut 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 ich bin jetzt noch nicht gemacht Nein, ich fahr keine Tier-2-Arty mit Rationen. Das ist pervers. So. Finde ich. Ich mein, wer es braucht, darf es machen. Aber dann muss man halt schon Ragen nötig haben. Finde ich. So. Na ja, sieht doch gut aus, das Viech. Wie sieht man? Okay, dann wollen wir mal gucken, was die Lenser macht. Ich mein, mit der Crew und so. Eiferspielen. Aha. Okay. Ah, Minuten, ist gut. Jetzt doch nicht. Jetzt doch nicht. Sogar zwei Artis. Time to roll out. Ich glaube, wir verordnen die Ecke. Das mal. Mal gucken, wie weit ich denn komme mit dem Ding. Bis dahin komme ich. Okay. Na, ist gut, erst mal. Ich kann jetzt mal hier stehen bleiben. Die Frage, wo die anderen bleiben. Okay. Okay. Na, ich bin da nicht, ich bin da. Richtig. Ey. Ich bin aber zwar nicht gezielt, aber egal. Oh ja. Ach 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 ja. Nicht wirklich spaßig heute wieder mal. Oh, no, tsch. Interessant. So, der so wenig Erfahrung bekommt, hat das für Verhältnis gegenüber den Anderen. Na ja gut, egal, tschüss, das war's für heute.